Gut, weiter geht's mit Super Mario World. Wir sind schon relativ weit und ich bin ganz selten gestorben. So, ich hab zwar nur noch ein Leben, aber das ist mir egal, denn ich spiele ja ohne Safe States. Also, wenn ich Game Over gehe, dann spiele ich den Part ja nochmal und das ist mir gerade egal, weil... Ähm, naja, mir kann jetzt ja technisch nichts passieren, weil... Kein Verlust. Wenn ich klug bin, würde ich jetzt sogar mit Absicht sterben, damit ich wieder 5 Leben habe. Weil, wenn ich das Level jetzt ohne schaffe und bla 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 bla, ihr wisst schon. Aber das tue ich nicht. Das heißt, wir werden dieses Level mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, selbst wenn ich es jetzt erst mal schaffe... Ach, hat sich auch erledigt. Vergesst, was ich sagen wollte. Dat hat sich gerade erledigt. Dat hat sich gerade erledigt. Ja, das ist übrigens auch ein Fail. So. Wollt er! Hep! Ah! Gottes Willen. Wie Mario auf seinen Arsch rausstreckt, wenn er sich hier, ähm, wenn er in die Knie geht. Das ist ein bisschen komisch. Naja. Ich hätte ja ganz gerne eine Super Mario World Multiplayer Mod, muss ich sagen. So mit Koop. Das wäre geil. Manchmal denkt man, wenn es in Super Mario 64 geht, dann muss es doch auch in Super Mario World gehen, oder? Das würde ich mega geil finden. Hier ist doch ein Geheimgang. Es gibt gar keinen Geheimgang, ne? Ich erzähl schon, es steht mir scheiße vor. Ähm. Ah. Ich will hoch, glaube ich. Nein, will ich nicht. Gehört der Pilz da hin? Das sieht irgendwie falsch aus. Der gehört da doch nicht hin, oder? Na ja. Äh. So. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Ehrlich gesagt, äh. Äh. Sprung des Glaubens. Oh, okay. Moment. Nein. Ups. Die Yoshi-Münze nehmen wir mit. Das ist eigentlich nur eine billige Ausrede. Ich habe den Sprungknopf nicht gedrückt. Ah. Ich hätte gerade unglaublich gerne einen Pilz oder sowas. Däh. Aber man bekommt ja sehr selten das, was... Boah. Scheiße. Fuck. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, ich will. Ah. Da, 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 da. Oh nein. Aha. Ich hatte Angst. Ah, NotKillItBySkill hat auch subscribed. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Ich weiß gerade nicht, ob ich noch Quotes habe. Das kann ich dir gerade nicht versprechen. Aber erstmal vielen lieben Dank, dass du subscribed hast. Das ist nett von dir. Ich mag dich auf jeden Fall jetzt. Also, falls dir das irgendwas wert ist, ich mag dich. Pass auf. Du hast eine unglaubliche Chance jetzt. Warte. Du hast... Also, abgesehen davon, ob ich noch einen Code habe. Das kann ich noch nicht sagen. Das muss ich mal kurz gucken. Ähm, du hast jetzt die mega geile Wahl. Die alles entscheidende, wichtige Wahl. Moment. Ich muss kurz... Okay. So. Au, au, au. Fast vielleicht gestolpert. Ähm. Du hast jetzt... Die Mega Chance. Du kannst jetzt entscheiden, wie ich diese Session jetzt hier weitermache. Beziehungsweise Mario Session zu Ende spiele. Entweder... Mit Fuchsohren. Oder... Mit Musicians patentierte Disney World Paris Magic Mickey Mütze. Dingestens. Oder... Mit dem Hütchen. Oder selbstverständlich für alle Fetischisten und Freunde von Hentai. Ich habe die Kamera nicht scharf gestellt. Das tue ich gleich. Mr. Octopus. Entscheide dich jetzt. Ich muss kurz mal... Während du dich entscheidest, stelle ich mal die Schärfe von der Kamera ordentlich. Alter, das war doch die ganze... Das war vorhin doch nicht so. Warum ist es jetzt plötzlich so... Äh... Einschaffen. Autofokus. Aus. So. Hat sich doch. Octopus. Das war auch relativ klar, ehrlich gesagt. Frisur ade. Ich muss kurz die Brille dafür abnehmen. Hier sind noch Musikenhaare drin. Ist ja widerlich. Ich habe bei dieser Sache... Eine Sache habe ich nicht bedacht, ne. Ich habe gleich keinen Sound mehr. Weil ich glaube, das geht nicht. Aber egal. Boah, ich kann die, glaube ich, so laut stellen, dass ich Sound hätte, oder? Warte mal. Quasi. So. So, hätten wir es auch geregelt. Jetzt muss ich... Aua, ich steche mir bitte Brille. Ich... Aua. Diese Oktopus ist nicht brillenfreundlich, sage ich euch. Ich schiele. Naja. So. So, wie kriege ich jetzt Sound? Ha, das geht sogar. Entschuldigung. Also, das... Das müssen wir mal ganz kurz... Das muss ich mal ganz kurz in groß festhalten. Es tut mir voll, voll leid, aber es geht gerade nicht anders. Guckt euch dieses Meisterwerk an, was ich hier fabriziert habe. Das ist ja wohl... Phänomenal ist das. Oh. Ich könnte mir jetzt noch eine Sonnenbrille aufziehen, dann wäre ich der coole Oktopus. Aber das wäre wohl... Das wäre wohl... Das wäre wohl Overflow für die Nummer. Das ist großartig. Ich liebe dieses... Super. Das sind so die Sachen, die mir... Das ist... Den Oktopus habe ich aus Japan. Wie übrigens... Ach, wie alles. Ich habe hier noch mehr von diesen Mützen und Co. Aber die würde ich jetzt ja noch nicht alle. Ich kann nicht jetzt das ganze Feuer verschießen. Das kann ich nicht tun. So. Nächstes Level. Meine patentierten Kopfhörer sind runtergerutscht. So eine Scheiße. Kann Mr. Oktopus die nicht irgendwie... Ha, das geht auch. So. Weiter geht's. Fuck, ist das nervig so. Ähm. Das bringt mir... Das will ich nicht. Wobei, will ich das doch? Doch, das will ich, oder? Ah. Das wollte ich doch. Oh shit. Fuck. 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 Ja. Immerhin eins. Immerhin ein Leben. Ich will die Kopfhörer... Was sind das für welche? Achso, das haben wir schon mal... Äh, das, das, das... Die Nummer gesagt. Black Devil, ich sag dir gleich Bescheid, welche Kopfhörer das sind. Und, äh, wenn du cool bist, kannst du mir auf Amazon kaufen. Die haben auch sehr, sehr gute Bewertungen. Ähm, dann kaufst du die über meinen Amazon-Link. Der ist unten in der Videobeschreibung. Ähm, das wäre ganz cool, weil... Kriege ich 5 Cent oder so. Aber von 5 Cent kann ich mir irgendwas kaufen. Ich schicke sie dir gleich. Okay? Ich vergesse immer den Namen, immer. So. Äh. Das sind ja quasi meine PC-Kopfhörer. Ich habe ja, ähm, ungelogen... ...ne ganze Wand voller Kopfhörer. Ähm, und die meisten benutze ich eigentlich nur mit meinem Smartphone. Äh, also die guten, die vom Monster zum Beispiel. Und das hier sind relativ preiswerte, aber die sind richtig cool. Ähm, sie sind auch soundtechnisch gar nicht so viel schlechter als die Monster. Die haben nur eine Sache, die mich draußen stören würde. Das ist nicht die Farbe. Die kann man wechseln, wie man will. Das ist die Geschichte, dass sie hier blau leuchten. Äh, hier irgendwo. Ihr seht das ja hier so in dem... Ihr seht das ja. Ähm, und das würde mich so in der Öffentlichkeit relativ doof... ...doof nerven. Das würde mich einfach nur nerven. Das heißt also einfach... ...generell auch, dass hier Knöpfe sind. Das finde ich so... ...wenn ich damit rumlaufe, finde ich das doof. Das finde ich nicht. Die Idee war nicht schlecht. Die Richtung war absolut falsch. Fuck, wird mir warm hier drin. Ja. Gute Kopfhörer von Monster widerspricht sich nicht. Also ich liebe diese Microsoft-Kopfhörer, die halt in Kooperation mit Monster... ...oh Gott, gebaut worden. Die sind verdammt gut. Fuck it! Das wird ne Stelle werden, nach der ich mich jetzt ein bisschen aufhänge. Oh ja, 82. Entschuldigung. Ähm, die Reichweite ist... Das sind Bluetooth-Kopfhörer. Ähm, die Reichweite reicht... Also es reicht locker. Keine Sorge. Ich kann hiermit sogar... ...ähm, in... ...in den... ...in den Vorraum gehen. Wo der Lift ist und so weiter. So durch zwei Wände geht das sogar durch. Also alles easy. So, sehr gut. Oh shit. Wir machen das immer hier komplett auf Nummer... ...ähm, sicher. Sicher? So. Uff. Geschafft. ...ähm, ich bin gespannt, was das jetzt wird. Das ist wahrscheinlich, weil da nichts Gutes werden, glaube ich. ...ähm, ich hab das... ...ähm, ich hab das so im Gefühl. Ich muss den Oktopus ein bisschen umsetzen. So. Ich hab das so im Gefühl. So, schauen wir mal. ...ähm, ich hab das so. Dass das runterkam, wusste ich. Dass das so schnell runterkam. Wo kommt der denn jetzt her? Der war doch gerade noch nicht da. Woh. Ach du heilige Kacke. Oh mein Gott. Was mach ich denn jetzt? Aus Gottes Willen. Oh Gott, das... Oh, ist das ein Spaß jetzt schon? Daaaah. Ohhhh. Achso. Toll. Ich dachte, das bringt mir irgendwas. Mein Scheißdreck. Ach du Scheiße. Okay. Zieh ich das erst. Ah okay, das macht mir meinen Sprung leichter. Oh okay, das bringt mir doch was. So, sehr gut. Gib mir den Pilz. Meine Fresse. Videospiele waren damals schwerer. Ich glaube, das darf man schon so sagen. Wenn ich mir angucke, wie... Was für eine Pille-Palle New Super Mario... Ich bin tot. Was für eine Pille-Palle New Super Mario Brass ist. Dann ja. Dann waren Videospiele definitiv schwerer damals. Und ich glaube, aus diesem Grund hat... Ficken! Hat mir grad ein Mario-Spiel damals einfach mehr Spaß gemacht. Ach du heilige. Ich bin ziemlich konzentriert gerade. Was ist das denn? Nein! Nein! Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020